Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biathlon 2009 mit mir und Lena. Ja, wir haben jetzt noch die zwei letzten Rennen im Junior Cup offen und ich würde sagen, die machen wir jetzt noch. Also als nächstes Östersund in Schweden. Ist eigentlich eine ganz coole Strecke. Da haben wir jetzt den Sprintwettkampf. Ihr seht doch, da unten ist das Profil. Wir dürfen wieder trainieren. Was nehmen wir denn? Verschießen und rödeln ist nicht erlaubt. Erziehen sie 10 Punkte in nur 20 Sekunden. Aber vorsichtig, äh vorsichtig, Vorsicht vor den Totenköpfen. Na dann gucken wir mal, was wir erreichen können. Naja, immerhin 8. Okay, wie gehabt. Machen wir hier das meiste drauf. Ich meine, das muss ich ja nicht immer wieder sagen. Ihr kennt die Taktik ja. Okay. So, dann geht's jetzt mal in den Sprint. Ich weiß nicht, der Start stand zwar perfekt, aber irgendwie, ich glaube Östersund sind die Gegner sogar relativ gut. Ich glaube, da muss man, müsste man läuferisch schon ganz schön. Wir könnten hier schon den Bergspielzeiten nehmen, aber ich will mir erst mal die Strecke ein bisschen angucken. Aber wir sind ganz leicht zurück. Ich glaube, hier geht's... Ja, ein bisschen geht's noch oben lang. Wir sprinten mal, damit wir hier mit ordentlichem Schwung runterfahren können. Puh, das war cool. Ja, habe ich jetzt die zweite Zwischenzeit verpasst? Habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, das war die Kurve, wo er quasi immer ziemliche Probleme hatte und sich deswegen öfters mal das Rennen versaut hatte. Bei uns hilft es ja gut. Wie immer, unser Ziel ist natürlich, die perfekte Saison zu bestreiten. Das heißt, alles zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Spiel irgendwie einen Schwierigkeitsgrad gibt. Wenn es einen gibt, dann werde ich den wahrscheinlich jetzt mal anpassen. Ansonsten weiß ich nicht, ob die Cups an sich schon als Schwierigkeitsgrad dienen. So, gucken wir mal. Liegen schießen. Ach Gott. Der war schlecht. Nicht gut, nicht gut. Das ist halt wirklich dann so, wenn das Spiel so einfach ist, dann will man eigentlich ein perfektes Rennen haben. Da gab es irgendwann nochmal so ein Interview mit Oleiner Björndalen. Der hat gesagt, dem ist es egal, ob er Erster oder Zwanzigster wird. Hauptsache, er will einen fehlerfreien Wettkampf haben. Das ist eigentlich auch das Wichtigste, dass man mit sich selbst zufrieden ist. So, jetzt schlägt er uns das erste Mal den Bergspezialisten vor. Ich würde ihn aber hier bei der zweiten Kuppe nehmen. Und haben jetzt knappe 47 Sekunden Vorsprung. So, sprinten wir noch schön hier runter. Also, das hat es auf jeden Fall gebracht, die Maus-Sensitivität nach oben zu schrauben. Damit komme ich jetzt einwandfrei um die Kurven rum. Ja, Kraft niedrig, egal. Das war doch jetzt hier die Stelle, wo die so sprinten. Da kann ich mich noch entsinnen, wie sich Vasi immer drüber aufgeregt hat. So. Stehenschießen. Sollte eigentlich besser laufen, wie immer. Das lief gut. Also, ich denke mal, das wird wieder ein knapper Sieg für uns. Ach, schon niemand mehr vor uns. Ach, Mann. Wie blöd. Ich glaube, vielleicht nehme ich sogar dreimal den Bergspezialisten, wenn das geht. Das wäre cool. Da kann man in jeder Runde hier den Berg hoch sporten. Oder halt wirklich in einer Runde dann mal wirklich dreimal den Bergspezialisten. An diesem Berg kann man den ja dreimal nutzen. Einmal da unten. Einmal könnte man ihn dann hier noch benutzen. Und ich glaube, dann hinter der Zeitnahme auch nochmal. Genau. Beste Zwischenzeit. Hey, wie überraschend. Machen wir da einen Ruckler. Und der nächste Sprung. Ich würde doch gerne mal die Rundenzeiten so gerne als Vergleich sehen, damit man weiß, so welche Technik oder welche Taktik die beste ist, um die schnellste Rundenzeit hinzubekommen. Ja, das lief doch gut. Gewonnen. So. Naja, knapp 1,45 Vorsprung. Hey, und so schnell war man noch nie. Super. Goldmedaille. Und wir sind wieder gestiegen. Ich würde sagen, jetzt passen wir. Ich würde sagen, hier machen wir jetzt mal eine Pause. Machen wir Ausdauer und Technik mal hoch. 300 Punkte sieht gut aus. Und da gehen wir jetzt ins letzte Rennen nach Bansko in Bulgarien. Mit dem Massenstart. Scheint eine etwas kürzere Strecke zu sein. Bin ich mal gespannt. So, wir können wieder trainieren. Ach, boah. Schießen mal wieder vergessen. Naja, passiert. Machen wir es mal so. Oh, ist ja recht eng hier. Perfekter Start und natürlich die falsche Taste gedrückt. Wah, haha. So, das wird ein spannenderes Rennen. Oder Frosch im Hals. So, wir kloppen uns hier natürlich durch. Natürlich gleich mal den Bergspezialisten, damit wir... Damit wir erstmal gleich schön an allen vorbeifahren. Ich finde das taktisch eigentlich gar nicht so dumm. Weil... Ich habe das so oft gesehen, wie man sich dann dahinter verkeilt. Und da hat man in der ersten Runde schon so viel Stress. Und so können wir jetzt einen gemütlichen Vorsprung rausfahren. Laufen. Der sieht doch hier nach Abfahrt aus. Das ist doch ein schönes Streck. Boah, das ist... Das ist doch eine Kurve. Das war irgendwie merkwürdig. Das war eine... Das sah aus wie so eine... akrobatische... Übung. Boah, die Strecke gefällt mir gar nicht. Das sind viel zu enge Kurven. Aber dafür sind wir gleich schon am Schießstand. Das ist wirklich eine sehr kurze Strecke. Kurz und kurvenreich. So, schauen wir mal. Ob wir irgendwann mal wieder fehlerfrei aus dem liegenden Anschlag gehen. Na endlich. Das wäre ja sonst blöd, wenn wir immer irgendwelche Fehler schießen. Das ist ja langweilig. Ein bisschen Abwechslung wollte er ja auch. So, da sind wir die Österreicher. Die Deutschen auf der anderen Seite. Ja, feuert die Finnen an. Boah, ich hoffe, die Kaiser wird dieses Jahr auch wieder eine gute Rolle spielen im Biathlon. Natürlich im Biathlon. Aber was reden wir hier die ganze Zeit? So, wo sind denn die Gegner? Die sind noch in der Strafrunde. Vielleicht schaffen wir es wieder, welche zu überrunden. Und wir haben die beste Zwischenzeit. Oh Gott, hatten wir die... Ich würde gerne mal eine Statistik sehen, wie es in der ersten Saison war, wie oft wir die beste Zwischenzeit nicht hatten. Viermal? Fünfmal? War doch echt das Mauspad manchmal nicht aus. Damit man um die Kurve noch besser drum kommt. Ja, nicht an der Ecke hängenbleiben. Ich will hier die Bestzeit. Das wäre schon cool, wenn wir das schaffen. Das ist also noch ein bisschen der Ansporn. Da wäre es halt wirklich cool, wenn die... Ach, da hinten laufen schon welche. Sehr schön. So, stehend Anschlag. Machen wir es wie O-Liner Biathlon und absolvieren den perfekten Wettkampf. Ja, machen wir. Das Schlechteste war wirklich noch der Start. So, und da laufen welche. Und die kriegen wir noch ein. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen Feindkontakt. Meine Güte, seid ihr langsam. Ja, und euch so, wie geht's so? Was habt ihr so am Wochenende geplant? Wenn die Folge rauskommt, müsste es... Boah. Muss ich echt rechnen. Jetzt guck ich gar nicht mehr hier so richtig drauf. Und hier kann man gar nicht sprinten, obwohl er eh steht. Samstag müsste es sein. Gott, ich hoffe, ich habe recht. Oh Mann, sind die schlecht. Ich muss echt mal gucken, ob das einen Schwierigkeitsgrad hat oder nicht. Super. Wir haben gewonnen. Wir haben alle Rennen gewonnen. Alle Rennen der ersten Saison. Ich würde sagen, einfach nach und wieder fast zwei Minuten Vorsprung. Und nochmal sieben Sekunden schneller als meine alte Bestzeit. Goldmedaille. Schaut auch gut aus. 350 von 350 Punkten. Und wir bekommen die Junior Cup Trophäe. Super. Damit würde ich hier erstmal die Folge beenden. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich denke mal zum Euro Cup. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.